was müssen wir rüberfahren ja wir müssen alle aufträge die ich habe müssen rübergefahren werden aber ich hatte hier noch warte mal ich hatte hier noch hier die straßensperre das gut diese was machst du denn hier da was ist das für ein wegpunkt für ein sinnloser da muss ich hin mein bruder hat nämlich gestern noch die brücke repariert ja ich fahr jetzt auch mal brücke reparieren ich will einen neuen lkw haben ach halt's maul womit fährst du jetzt mit deinem panzer oder was ja warum panzer warum du musst doch fässer einsammeln oder musst du die nur umhauen ja fahr ich mit denen ach so die musst du nur umhauen ja da fahr ich mit dem panzer durch ja ich muss hier links hau rein bis später zeit vertreibt genau die fässer umhauen stimmt die musste ja nur umhauen eigentlich steht ja musste nur umhauen die sind ja hinten bei der fabrik ja da kommst du eigentlich auch so hin ausnahmsweise darfst du jetzt mal mitfahren eigentlich müsste ich jetzt noch russland fahren und einen anderen lkw holen nach russland nach russland nach russland russland Putin ist persönlich Putin bester Mann der jagt wenigstens noch bären mit deinen eigenen händen der reitet tief ja hat wie ein katzen ja ja mensch dummes pferd hüpft doch da einfach runter heiwasser siehst du jetzt bist du auch unten wer ist wo in den kopf schießen lassen die da runterfallen ich hab über das pferd geschimpft ich wollte da nicht runterhüpfen da hab ich gesagt siehst du jetzt bist du auch unten dass man den immer in den kopf schießen muss dass die sich bewegen der warnschuss ja gut der warnschuss ging halt zwischen die augen aber jetzt jetzt muckt das nicht mehr das ja warnschuss halt ja der warnschuss ging halt zwischen die augen aber sonst ja aber ich bin es durch allerdings nicht ins auge ist doch gut ne zwischen die augen zwischen genau dazwischen der warnschuss dazwischen das problem hat jetzt die natur gut besser ja ich hau mir erst mal 25 schaden auf dem motor drauf ne richtiger profi richtiger profi ich bin auch der einzige typ an der lagerne hängen bleibt sein panzer einfach zehnmal schneller als mein fahrzeug obwohl ich langsam bin in der theorie zumindest ja praktisch ist ja was anderes quadratisch praktisch gut oder wie ich nix deutsch du nix 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 diese machen deutsch nein oh warum nix machen ne ich schmeck nicht du nix machen deutsche man ne ok hey du bist doch wo bist du jetzt ach du bist viel zu weit weg scheiße du hättest mal schnell zur straßensperre fahren können naja jetzt bin ich selber schon fast da spät ja hättest du auch selber dran denken können hättest du ja wenigstens den auftrag schon mal annehmen können was man dafür braucht um die wieder herzurichten zwei ersatzteile was für ersatzteile ja musst du da hinbringen was für ersatzteile ja normale ersatzteile achso ok ersatzteile halt ja ersatzteile hingegen gibst du nur eine ersatzteileart ohne fahrzeugersatzteile nur die zwei arten ersatzteile oh mein gott es heißt wirklich ersatzteile warum frag ich mich nicht und ich muss zur fabrik hoch echt jetzt ja echt jetzt das ist wohl das unnötigste was ich je gehört habe hier ja und ich stecke jetzt fest echt jetzt ja oh mein gott ja ich zieh halt den baum weg ich hab ein neues pferd alles gut ja ich hab noch was rummockt was spielst du denn jetzt ich hab noch einen schossen fuck echt jetzt ja du spoiler du elendiger ich will selber spielen noch ja hui du weißt dass es Pferde gibt jetzt ja das wollte ich jetzt nicht wissen da gibt ne anzeige ja das gibt ne anzeige mach dich aus aus meiner leitung aber mit schwung gibts da nicht blöd fön es gibt auch fahrzeuge ohohoh jetzt hat er richtig gespoilert hier und und Waffen ne wolltest du auch grad sagen ne ja genau oha 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 digger hör mal auf jetzt echt Leben glückswölfe in dein Leben in dein Leben hör mal auf alter du spoilerst mein ganzes Leben weg mach da hat keiner was verpasst hehehe das ist allerdings wahr ja wo er recht hat kann man auch nicht mal verleugnen hehehe wird bei ich darf kein Schwimmel gehen gar keinen Bock ja einmal in der Wohnung kann man sich waschen ja aber so ein Panzer will es halt nicht das ist einfach nur ne große Badewanne und umgekehrt hehehe in meiner Badewanne bin ich Kapitän spunk tup 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 kennst du das liegt wohl auch? Ja Warum!? tschub tschub mothafucka Pierre wieder what the fuck lasse zwei in der regnen tschub tschub ja immer aber jetzt explodieren die Puff wer ist kaputt gegangen? ich schon mal echt ich hab mein Pferd am Leben gelassen noch du hast dein Pferd am Leben gelassen keine salami heute ah hier steht noch eins keine salami warum Pferde? warum keine Autos? kannst du die Pferde auch sabotieren? was meinst du fressen? nein sabotieren Pferde vom Granatenwerfer die Kugel oh alles das fressen die bestimmt auch alter das vielleicht vielleicht unfreiwillig aber das fressen die bestimmt alter und ich hab schon wieder 13 Schaden oh mein lord Felgen voll auf den Arsch da bin ich muss ja echt die Warnung gegen 80 bis aus gefährt ungefähr what? was ist kaputt gegangen? im Kopf dein Kopf? ja ja was auch was auch verstehe ich hatte ich aber eins Digger nein alter mein Motor ist gleich kaputt jetzt bin ich schon wieder gegen den nächsten Strommast gefahren alter bei Far Cry bei Far Cry alter habe ich habe ich so oft ein Dave sein Auto sabotiert ne das gibt es gar nicht das witzige ist der Typ hat einfach nichts gecheckt einfach gar nichts ne hat er echt nicht gecheckt das witzige ist er war die ganze Zeit am looten und keine Ahnung was und ich hatte die Gegend halt schon erkunden dann habe ich zu ihm gesagt ja Digga musst du das jetzt machen ja muss ich warte mal kurz ich komme gleich ja ja dann habe ich einfach jedes Auto da standen so gefühlt 5 Fahrzeuge habe ich halt alles von ihm wegsabotiert und dann sage ich zu ihm Dave willst du wirklich durch den Wald fahren ja warum weil bei jeder Kollision das Ding einfach explodiert ist weil ich so willst du wirklich durch den Wald fahren ja warum kriegst du mich und deswegen habe ich dich gefragt ne war wirklich instant bei jeder scheiß Kollision jetzt das Ding einfach explodiert stimmt die explodieren ja wenn die Schaden ja ha 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 weißt du Dave willst du wirklich durch den Wald fahren ja warum ja einfach so weiß nicht sieht lebensgefährlich aus das ist der besonders gefährliche Weißt du was witziges ich habe ihn aber bei einer Mission habe ich ihn noch aus dem Hubschrauber raus getötet weil ich stand unten und er dachte so er kann halt einen auch witzig machen ich musste dem Hubschrauber hinterher fahren da habe ich meinen Sniper einfach raus geholt und habe einfach den Missionsfuzzi getötet und Dave ist abgestürzt und dabei drauf gegangen alles übrigens auf Youtube alles auf Youtube ich wüsste es ist so gut ich hoffe dass es hier auch einen Koop Modus gibt weil ja man ich hole mir das Game vielleicht am Dienstag mal schauen ob ich es überhaupt spielen und streamen kann aber ich denke schon aber ich habe mit Dave habe ich so viele Paxen gemacht ich bin auch mit dem Hubschrauber einfach gegen seinen Hubschrauber geflogen weil mir langweilig war man macht sonst nichts anderes im Koop eigentlich außer Blödsinn ja ist halt echt so ne du bist denn da ja eben ich habe gerade die Fässer einfach weggehoopt gut so weit möglich aber so hoopt weg fahren die Dinger aber da habe ich gezählt ich muss genau auf den Punkt fahren schon schade das hat hier wie alles weggehoopt miyor if you're happy and you know it clap your hoop CHALVI brownies for downies genauer daunnen hoch daunnen hoch daunnen hoch b Kait davon und hoch aus was ist deine jacke gemacht aus daunen nein ich war richtig was zur hölle warum ich bin so dämlich alter wird dämlich mit haar schreibt ist dämlich was holy shit durchgelegt das sind diese unreal tournament stimmen holy shit man wie komm ich denn da auf fast richtig hier alles so if you donnie and you know it clap your hands was deutsch nein merkt man wer kein englisch in seinem leben kann ist einfach los danke kein problem das ist ein das ist ein falscher zeitpunkt das ist ein das ist ein downy einen brownie ne ja so ungefähr aber meine jacke ist nur aus daunen gemacht deswegen auch daunen hoch für jeden das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein gerd rutsch gerd umlaufbahn ha 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 save the torch ach ne ich muss hier wieder abbiegen um das ist ein das ist ein das ist ein von Das ist aber immer gut mit Borderline-Witzen. Ist geritt. Stimmt, wir sollten Borderlands spielen. Borderlines? Borderlands. Oh ja, Borderlands müssen wir auch auf jeden Fall spielen. Aber wir müssen von vorne anfangen, leider. Ja, ich mach auch einen neuen Charakter. Das war ja ein bisschen zu einfach eigentlich. Ja, das stimmt. Das war ein bisschen zu einfach. Einfach mal Borderlands 2 spielen. Natürlich blöd. Dann vielleicht irgendwann den dritten Teil. Wobei ich echt keinen Bock mehr auf den dritten Teil habe. Ich weiß gar nicht. Hab ich den dritten gekauft? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Ich weiß das nicht. Ah, ich bin sowas von fresh. Ich bin sowas von fresh. Ich nimm einfach die Leitplanke mit. Das tut richtig gut. Einmal mit Profis. Welcher Profis? Eben. Profis? Ne, die haben heute frei. Du bist aufgestiegen auf sieben, Junge. Boah, wild. Ich 19. Hier, machst du die Nordspitze und die Südspitze? Ich hab keinen Bock. Ja, ich bin da unterwegs. Okay. Ich glaube, ich mach da unten die Upgrades noch schnell. Safety Torch. Safety Water. Ja, natürlich 32 und mein Motor ist kaputt. Der Südde kommt. Ja, gleich. Ach mal, du grad hinfährst. Ja, ich hab eh kein Sprit mehr schon wieder. Gut. Ich mach das immer so mit dem Fernseher. Wart schon vor, Herr Kaputt. Wart schon vor, Herr Kaputt. So, wo ist die nächste Kiste? Gita Griffin. Ne, Gita Griffin. Gita, Peter Griffin? Ah ja. Gita Griffin hört sich an wie so ein Sohn von... Einem Huh und so, was? Von dem Quickie-Markt. Nicht, man. Alter, nicht einatmen. Da der kleine geht. Der Apu. Apu no Hazard, wie ma Peti lot. Gesundheit. Der Apu. Mit seinem Slushie-Eis. Na, hier ist einfach ein Auto stecken geblieben. Warum? Weil es so ist. Der ist hier wahrscheinlich durchgefahren und hat sich gedacht, das wäre vielleicht eine bessere Idee gewesen, die Straße zu nehmen. Auto zu fett. Ah, Auto steckt fett. Warum? Auto jetzt kaputt. Warum? Ich mach so, Auto und so und dann stecken bleibt. Warum? Brr, pst, warum? Safety charge. Diamonds, Diamonds, hau ein, mein Diamonds, Diamonds, Diamonds. Diamonds, Diamonds, hau ein, mein Diamonds, 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 hau ein, mein Diamonds. Ich ziehe ja überhaupt keine Schlammpurche hinter mir her, ne? Gar nicht. Null. Hast du leider nicht gesehen. Ich muss mich eh mal bergen lassen. Los, Bergos. So, was gibt es denn hier jetzt noch zu tun? Da ist ein Zeitauftrag, den habe ich keinen Bock zu machen. Da ist noch ein Wachtturm, den würde ich mir gerne holen und die zwei Upgrades würde ich mir auch gerne holen. Und dann würde ich gerne auf die andere Seite der Macht wechseln. Da ist noch ein Upgrade. Oh, scheiße. Scheiße. Das ist sogar bei dir in der Nähe, das Upgrade. Kannst du das holen? Ja. Das ist doch so eine... Junge Dame, können Sie bitte aufhören zu hupen? Das ist auf irgendeiner einsamen Insel. Das sieht aus wie Bylost. Naja. Ist wahrscheinlich eh nur wieder fitzter für mich. Ajo. Nicht wahrscheinlich Isso, sondern es ist so. Ajo. Zwischen Isso und Isso liegen Welten. Isso, Digga. Isso. Ah, Tamsung dieser Schädel Baselbruch. Der ist meine blöde Kanz überfahren, Mann. Nimm deine Scheißfinger von meinem Bier, du verkackte Fick-Schnitzel. So, ein Feuerball, Junge. Ich hab gesagt, gib mir mehr Geld, Fotze. Der war verdammt nochmal ein guter Hund, Junge. Ich hab gesagt, gib mir mehr Geld, Fotze. Das kann ich nicht machen. Ich hab gesagt, gib mir mehr Geld, Fotze. Ich hab' keinen Kontos, nicht so. Alter, er macht das immer so mit dem Fernseher. Ich mach das immer so mit dem Fernseher, Junge. Ich garantiere dir, der funktioniert noch. Ja, Mann. Hilfach. Garantie funktioniert, Junge. Ich hab gesagt, ich brauch noch keinen Seilwind, Junge. Ja, ich brauch' keinen. Ich mach' das immer so mit dem Fernseher, Junge. Ich garantiere dir, der geht noch. Und mal gucken ob der E.B. gefühlt in 45 Grad wie ein Grofhanker oder über. Ja, gefühlt schon fast 90. Nein. Das war schon vorhin herr kaputt. Alter, 90 Grad sind verboten. Sind halt einfach vor beiden. Ja, weil das ist ein rechter Winkel. Sowas ist verboten. Vor beiden. Entschuldigung. Vor beiden, ja. Josef Kahn und Stalingrad. In der Tat. In der Tat Josef Stalingrad. Bitte? Wie soll ich denn das sauren? Oh, LKW-Fahrer Manfred ist wieder unterwegs. Der Manni, der macht das schon. Der Manni, der macht das schon du. Glaub mir, ich kann das. Glaub mir, ich kann das. Ich mach das immer so mit der LKW. Junge, ich glaub mir, der funktioniert danach immer noch. Ich hab's mir gesagt, ich meinte den LKW auf die Seite zu schmeißen. Das macht man nicht. Ich schon. Danach geht der doch gar nicht mehr. Ja, bei mir schon. Achso. Bist ein Magier? Nee. Hast du den Lack? Ja. Nichts auf den Lacken. Nichts auf den Lacken. Ja. Ich hab grad nen Powerwall gemacht so ungefähr. Das scheiße, ey. Ich muss hier die ganze Zeit irgendwelche Kackpisten fahren, ey. Ich fahr grad durch Wege, die es nicht gibt. Egal. Wir machen... Also wenn wir jetzt die Map hier abgeschlossen haben, dann machen wir die nächste Map. Ja. Ich schicke die, oder? Hä? Hey, wie logisch? Nee, eigentlich nicht. Aber die Map ist ja noch lange nicht abgeschlossen, weil es gibt ja noch den Tunnel. Achso, so meinst du ja. Ja klar. Ich mein ja die nächste Map, den Tunnel da. Aber gibt's eigentlich auf der anderen Seite auch die Ressourcen, oder müssen wir jetzt die ganze Zeit hin und her fahren? Ja, aber auch die Ressourcen. Auf der anderen Seite, oder? Gibt's auch, ne? Denk ich ja. Wenn du denkst, du denkst. Dass du denkst. Dann denkst du nur. Denkst du nur, du denkst. Genau. Denn das Denken der Gedanke ist gedankenlos. Denk darum denke nie gedacht zu haben. Genau, oder genau. Genau. Dann geht es los. Leider nicht. Ich hab nen Wachpunkt aufgemacht. Ich bin grad in Berona gefahren, wo er nicht runterfahren kann. Ich hab's gemacht. Gut. Mit deinem Panzer, wa? Natürlich. Ja, dann kann man das. 余集 ist, die ich statt. Dann ist das gelogen, dass man das nicht kann. Jo, wie die Entwickler denken, das sind dann möglich. Ich bin Gabel. Ha! Ich bin Gabel. entwickler so das ist unmöglich das ist wie ich bin gut im kühlt aber manchmal irgendwo extra ballplatz in die Schuhe kommen da wo sie immer Sprechsebäume passieren da die sie mit die Sprechse hochkommen ja du bist für die Bäume um alt ist halt sagt man er hat zumal und die und spielte da wird oder hätte ich sein und sagt was so das man so ein dicken Sack hat weil der ganz viele Geschenke drin sind warum weil er nur einmal im Jahr kommt ich falle so schlecht ich bin kaputt wer kann mich jetzt holen ich bin kaputt mein Tank sagt nein bei dir ist Hoffnung verloren ja Hopfen und Malz und Hoffnung alles zusammen alle drei zusammen stopp jagen lassen hey was nein ja ich musste ich lieg da irgendwo lkw müde lkw schlafen ja lkw kaputt lkw hat keine Lust mehr war sie müde war sie schlafen das Problem ist ich kann nicht mal die Seilbinde benutzen ja logisch in der Mutter besoffen ist ich komme mal Anhänger an Koppeln Bergen ne hab ich keinen Bock das kann oder nicht ja komm so ganz kurz was gucken wöbel sie schlafen Vielen Dank. Okay, ich geh mal kurz pissen, ich komm gleich. Jetzt gleich.